Herzlich Willkommen! Schön, dass du Interesse zeigst für einen Blick in das Geheimnis deiner Geburtszahlen. Der Zeitpunkt deiner Geburt ist eine magische Energie, die du mit dem ersten Atemzug aufgenommen hast. Dieser besondere Zeitpunkt sind deine ganz persönlichen, individuellen Geburtszahlen. Dein Geburtsdatum ist eine Gesetzmäßigkeit, unter der du bis zum Lebensende stehst. Jedes Jahr, dieser eine besondere Tag, dein Geburtstag, der dich an das Jahr zum Leben erinnert, immer wieder. Die Gesetze der Zahlen sind so alt wie der Gedanke der Schöpfung. Jede Zahl hat einen tieferen Sinn. Zahlen sind Lebendigkeit. Jede Zahl hat seine Bedeutung und trägt seine eigene Schwingung. Die Zahlen haben kosmisch-universelle, irdische und menschliche Bedeutung. Anhand deines Geburtsdatums und Uhrzeit ergibt sich eine ganz individuelle Auswertung deiner Stärken, Talente, Charaktereigenschaften und auch die Herausforderungen in deinem Leben. Diese Auswertung hilft dir, dein bisheriges Leben und Wissen zu reflektieren, um dich ein großes Stück mehr zu dir selbst und deiner eigenen Natur zu bewegen. Ein heilendes Werkzeug, wertvoll und persönlich. Die Geburtsdatenanalyse ist eine aussagekräftige Auswertung, die die positiven sowie auch negativen Eigenschaften der Zahlen beinhaltet. Die Reflexion und die Kraft der Bewusstwerdung deiner eigenen Person wird vertieft und bringt mehrere Erkenntnisse über dich selbst. Die Schattenseiten werden erkannt und hin zur Lichtweisheit erhoben. Du erhältst auch beim Lesen deiner Geburtsdatenanalyse die Aha-Momente und lernst dich besser kennen und verstehen. Diese Auswertung ist von mir per Hand ausgearbeitet und individuell auf dich zugeschnitten. Sie eignet sich als perfektes Geschenk für all jene, die sich aktiv für ihre persönliche Entwicklung interessieren. Habe ich dein Interesse wecken können? Dann findest du nähere Details im Textteil. Ich bedanke mich für deine wertvolle Zeit des Zuhörens. Ich bedanke mich für Larry Fangen-Moment. Ich bedanke mich für die Noe. Ich bedanke mich für mich für dieити Radio-Thanken.